hallo hallo miteinander heute ich werde eine ungarische sprache lektion machen also ich weiß dass mein deutsch ist nicht so perfekt sie sollen das nicht darunter schreiben weil ich weiß das schon aber ich weiß auch dass manche männer wollen ungarisch lernen und so das kann ich schon so vielleicht ich kann irgendwas in also wie heißt das auf deutsch to teach I never know that word in german to teach tauchen oder ist das auch lernen aber lernen es ist to learn ok so whatever sie wissen was ich meine oder okay so heute wir werden die wörter für die von die gesichte lernen auf ungarisch so die augen sind das auge die augen die nase aus ohr die nase aus ohr das ohr auf fühl das ohr auf fühl so ohr ohr es ist nur nicht dasselbe aber ja so ohr ohr einmal auf deutsch einmal auf ungarisch so ist das der mund assai der mund assai die zähne die augenbrau die augenbrau oder heißt das wimper wimper die stirn homolog 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 das haar hoi hoi das haar das kinn aus all all das kind also es war ein bisschen kurz aber wenn sie kann schon diese wörter dann vielleicht mache ich einander ungarische sprache lektion tschüss 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 tschüss